Hallo Leute, und kommt zu einem neuen Lärtspray Marekan 8 Online wieder mit Nils. Und ja, ich habe, wir haben fast die 4.200. Ich werde natürlich mit euch versuchen heute bis 4.500 maximal zu schaffen, in den Parts, die ich bis 20 Uhr jetzt aufnehme und dann hochladen werde ein bisschen und dann dem Nils am Telefon Bescheid sagen werde, während ich was mache, werde ich dem ja Bescheid sagen, weil die hoch sind, mir das angucken kann. Yay, Marius Pistil aus dem N64. Alter, da ist jetzt ein Italiener aus Sizilien mit 38.000 Punkten dabei. What the fisch. Oder war schon bzw. dabei, ich weiß es nicht. Pizmitstart, komm. Ja, Pizmitstart, jetzt bin ich der Pizmitstart, startgelungen, ich kann den nimm nicht. Mit Schatten der erste, nice. Hau ab, hau ab. Hau ab, du siehst es ja jeden Tag. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Du kleiner Scheiß Sizilien, Alter. Hau ab, hau ab. ich bin gerade fünfter nur so für die leute im let's play Goldschweck du mit den 38.000 Punkten verpiss dich jetzt mal ich bin dritter genau wie ich mir vorstelle und jetzt noch eine reinknallen so jetzt 2.3 bloß eher ich klinke ja fick dich du Emily ey du gehst mir auf die Nerven ja jetzt noch Feuerblume auf mich werfen fick dich du scheiß Goldträge scheiß 8 weil Strauss am Punkt Fuck off! Jetzt schon mal in der Seite geknippt? Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ach, wirf! Ich bin wieder dritter geworden. Alter, was geht ab? Was ist? Oh, Alter, mir fehlen noch 5 Punkte und da hab ich die 4200. Was? Das tut einfach von der Woche. Aber EWI, NSID? Was willst du von mir? Ach, egal, lass doch einfach stecken deine Frage. Wie? Frag mal die Leute nach der Frage. Frag mal die Leute nach der Frage. Was war das gerade? Oh, ja? Was war das gerade? Ach, nur 5,3. Ach, schon wieder 5 Leute in Freddy, Alter. Mario abfassiert. 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 es geht ja bis 99.999 punkte die stadt er wird nicht gut das hieß ich könnte auch immer erster werden scheiße daneben geschossen hat mich jetzt nicht getraut alter das klingt so laut alter weil ich mir jetzt ein fad hier wow der hätte mich fast mit seinem kühler ein bisschen weiter auf den ersten drei plätzen ist es gerade übelst hart alter der erste hat eine rote ich hatte eine banane habe sich jemanden gelegt und ja ich wurde von einer grün getroffen und ich habe auch jemanden mit einer grün getroffen nur ist die konkurrenten b er hat ausgerichtet Prozent 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 noch so wie ich bin hier dritter ich bin die ganze Zeit eigentlich gerade nur im Let's Play nur dritter geworden im ersten Part und in dem den ich gerade auflebe im zweiten ist mich jetzt gerade nur so bist du immer neu um 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 er hat ja jetzt kommt die scheiß Kugelwein versuchten Platz das gebe ich nicht her die dritten die Beine nicht jetzt Schüttel und ich bleibe jetzt dritter der Buster hat es kürzen lassen warum ich jetzt auf einmal fünfter sechster ja klar wie wie verarsche 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 das ist betrug hat trotzdem noch sieben plus naja jetzt kommt das allerletzte rennen und das dritte und dann werde ich mal für heute die zweite folge die ich aufgenommen habe ich habe aus ich denke ich habe mal schon ein paar folgen online gestellt von marika 8 online muss man gucken ich denke aber schon dass ich was online gestellt habe ich werde mal gleich sehen Eeeh... Ja, wein. Scheiße. Ich weiß nicht, wie du verletzt. Vielleicht bringe sie dir hin. Ich mache gerade 8 online. ich schon 8 Videos. Das ist jetzt gerade mal ein 10es Verschaufnehmer. Sollte hab ich ja schon gerade eben aufgenommen. Dann geht's wieder los. In dem letzten Moment und diesmal will ich dritter werden. Willst du mitstarrt? Scheiße. Reimini hat auch verkauft. Amerika, das muss ich jetzt nutzen. Also haue einfach jetzt. Kugelini, Kugelini, Kugelini. Das Ding mit einer Rakete dran. Ja, klar. Lass mich doch mal abhören. Mannschi. Das wird nichts. Scheiße, ich kriege wieder einen Kugel-Wenni, so was kriege ich in den Arschen jetzt. Jetzt gib mir einen Kugel-Wenni. Ich will einen Kugel-Wenni haben. Scheiße, ich kriege einen Jungs-Punkte. Das ist mehr als 2, das ist echt cool. Mann, gib mir jetzt ein geileres Eiter, oh, nicht sowas. Na, ich bleib 10. Toll. Scheiße, Minus-Punkte. Ja, Minus-5. Geil, oh. Dann noch eine Tür.